Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Kerbal Space Program Karrieremodus Tutorial. In der letzten Folge habe ich meine Minmus Basis ausgebaut und ein Modul für die Erzförderung ergänzt, sowie ein Batteriemodul in der Hoffnung, dass der Strom reicht, damit der Erzabbau auch während der Minmus Nacht weiterlaufen kann. Kleiner Spoiler, nein, die Batterien reichen nicht und das war mir auch klar, ich habe es nämlich vorher ausgerechnet. In dieser Folge will ich also mit dem Ausbau weitermachen, da muss ich noch eine andere Lösung für den Strom finden und vor allem will ich ein paar Fahrzeuge bauen und zur Station bringen. Es wird also diesmal um Rover gehen, das Thema habe ich bisher in dieser Karriere noch gar nicht behandelt. Aber der Reihe nach, ihr seht hier erstmal unseren Minmus Mining Länder, der seit der Folge 37 am Minmus im Einsatz ist und für mich seitdem das Erz holt, das ich dann überall in Treibstoff verwandle. Ich habe schon vor einiger Zeit den Plan gefasst, dass der Lander seine Bohrer und Radiatoren an der Minmus Station unten auf der Oberfläche lässt und dann nur noch als reiner Erztransporter zwischen Oberfläche und Raumstation hin und her pendelt. Mein Gedanke dahinter ist, dass ich dann die schweren Bohrer nicht jedes Mal landen und wieder in den Orbit bringen muss, also Treibstoff sparen kann. Außerdem kann ich an der Basis dann mehr Bohrer einsetzen und bin schneller bei der Erzproduktion. Soweit die Theorie. Den Plan will ich jetzt mal in die Tat umsetzen, dazu bringe ich den Lander erstmal runter auf die Oberfläche zur Basis. Ich versuche natürlich bei der Landung wieder so nah wie möglich an die Basis ranzukommen, das gelingt mir dieses Mal eher so naja. Ich fliege ein Stück vorbei und muss nochmal wieder abheben und mich vorsichtig an die Basis manövrieren, damit gleich meine Serena die schweren Teile nicht so weit schleppen muss. Die Technik ist eigentlich wieder die gleiche wie die in der letzten Folge mit dem Skycrane. Ich richte den oberen Dockingport auf Radial Out aus, damit der Lander vom SAS immer senkrecht gehalten wird und beeinflusse dann meine Flugrichtung durch kurze Neigung des Landers zur jeweils richtigen Seite. Ihr seht schon, dass es zwischendurch gar nicht so einfach, das einigermaßen zielgerichtet hinzubekommen, aber am Ende bin ich zumindest nah genug, um den Umbau ohne größere Umstände und Umwege zu machen. Serena ist ja auch ein Engineer-Körbel, die soll diese Aufgabe übernehmen. Ich lasse sie erstmal alle vier Teile vom Lander abmontieren, die ich gleich an die Basis bauen will. Weil der Lander noch zu weit weg ist, legt sie die Teile erstmal kurz ab und geht dann näher an die Basis ran. Und dann kommt es wieder zu einem unvorhergesehenen Ereignis in KSP. Als Serena den einen Bohrer in die Hand nimmt, explodiert knapp hinter ihr der zweite einfach so, als er auf dem Eis liegt. Es gab oben eine Warnmeldung wegen Überhitzung, die ich zuerst nicht verstanden habe. Offensichtlich kamen die aber von dem Bohrer, der dann kurze Zeit später explodiert ist. Zum Glück hatte ich einen Quicksafe gemacht, bevor Serena ausgestiegen ist. Also alles kein Problem. Ich versuche es einfach nochmal. Diesmal montiere ich erst einen Bohrer am Lander ab und baue den an die Basis an. Die anderen drei Teile lasse ich erstmal am Lander. Der Bohrer lässt sich dann auch geduldig installieren. Aber als Serena sich dann umdreht, um den Radiator zu holen, kommt wieder die Überhitzungswarnung und kurz darauf explodiert der Bohrer wieder. Jetzt bin ich ja grundsätzlich auch eher hartnäckig und möchte unbedingt den Umbau machen. Deswegen habe ich noch verschiedene andere Sachen ausprobiert. Aber das Ergebnis war immer eine Explosion. Um es kurz zu machen, ich kann nicht zweifelsfrei sagen woran es liegt, aber meine stärkste Vermutung ist, dass das Ablegen auf dem Boden die Ursache ist. Denn der erste Bohrer ist ja explodiert, während er einfach nur da lag. Um das auszuschließen, habe ich den Lander noch näher an der Basis platziert, damit es ohne Ablegen geht. Als der Lander nahe genug stand, habe ich dann trotzdem erst beide Radiatoren umgebaut und erst danach die Bohrer. Es ist dann einfach nichts mehr explodiert. Die Bohrer tun jetzt einfach ihren Job und fördern alle vier fleißig frisches Erz. Anschließend habe ich mir noch Action Groups eingerichtet für die Bohrer, damit ich nicht immer alle vier nacheinander anklicken muss. Man ist ja auch klickfaul. Ich habe die Aktionen Toggle Surface Harvester, Toggle Drill und Toggle Radiator verschiedenen Tasten zugewiesen und kann jetzt jede Aktion für alle vier Bohrer gleichzeitig mit jeweils einer Taste steuern. Weiter geht es mit meinem Plan, den Lander als Erztransporter zu nutzen. Damit ich das Erz von der Basis in den Lander reinbekomme, muss ich die beiden Fahrzeuge zusammendocken. Ich habe mir überlegt, dass ich einen Dockingport unten in der Mitte des Landers anbringen kann, wo jetzt das Haupttriebwerk sitzt. Dazu muss das Haupttriebwerk natürlich abmontiert werden, aber ich kann vier Spark-Triebwerke außen unter die Erztanks setzen. Davon habe ich ja noch einige hier rumliegen auf der Basis und dann hat der Lander auch wieder einen Antrieb. Einen Dockingport brauche ich dann unten noch, aber davon habe ich hier an der Basis ja auch noch einige übrig. Meine Idee war dann, den Lander mal probehalber direkt oben auf dem oberen Dockingport des Mining-Moduls abzusetzen und zu landen. Aber als ich das ausprobiert habe, musste ich feststellen, dass das ganz schön fummelig ist. Man muss da ziemlich präzise steuern. Der Lander fliegt hin und her und in alle möglichen Richtungen. Dabei besteht natürlich auch wieder ein hohes Unfallrisiko auf Körbelart. Man kann auf hunderte verschiedene Arten mit dem Lander in die Basis krachen und alles mögliche kaputt machen. Ich habe sehr schnell eingesehen, dass ich so eine nervenaufreibende Prozedur nicht bei jeder Landung des Landers machen möchte. Erst recht nicht, wenn ich aus dem Orbit runterkomme. Und dass ich auf jeden Fall eine bessere Lösung haben möchte. Es wird viel einfacher sein, ein Fahrzeug mit Rädern an einen der seitlichen Dockingports heranzufahren und da anzudocken. Jetzt kann ich mir auch noch wieder zwei Optionen einfallen lassen. Zum einen könnte ich mit einem Fahrzeug an die Basis fahren, das Erz entgegennehmen und das dann zu dem Lander rüberfahren, der irgendwo daneben steht. Da andocken und das Erz wieder ausladen. Aber das ist natürlich auch sehr umständlich. Ich würde lieber ein Fahrzeug bauen, das Räder hat und auch einen Antrieb, mit dem es in den Orbit zur Station fliegen kann. Das wird jetzt also ein echtes Hybridfahrzeug mit zwei Antrieben für Raumflug und Oberflächenfahrt. Als erstes brauchen wir mal das Grundmodul der Basis als Orientierung, damit die Dockingports später zusammenpassen. Ich baue das so um, wie es gerade auf Minmus steht und versenke es ein bisschen in dem Hangarboden, weil die Basis auf Minmus auch etwas eingesunken ist. Dann fange ich mit dem Dockingport an, den Rover zu bauen. Wir brauchen Treibstofftanks für den Raumflug. Der Mining Lander hat aktuell etwas über 1100 Meter pro Sekunde Delta V, wenn er sich auf den Weg zur Oberfläche macht. Das ist hier auch mein Richtwert. Ich möchte auch einen Kerbel mitschicken können. Dafür verwende ich das einsätzige Mark I Cockpit in der Inline-Version, damit ich es zwischen zwei FLT-Tanks platzieren kann. Ich will alles schön symmetrisch von der Mitte ausbauen, damit Schwerpunkt und Schubvektor nachher in der Mitte sind. So lässt sich der Rover dann gut fliegen. Für das Erz nutze ich wieder vier mittlere Tanks. Dann hat der Rover die gleiche Kapazität wie der jetzige Lander. Die platziere ich links und rechts vom Hauptrumpf. Wichtig ist, dass ich das in Spiegelsymmetrie mache und nicht in Achsensymmetrie. Das kann man mit der Taste R umschalten. Auch die Erztanks sollten möglichst genau in der Mitte ausgerichtet sein, weil da später ordentlich Gewicht drin ist. Jetzt hängt unser Rover hier schon in seiner fertigen Form in der Luft. Dadurch sehen wir, wie wir die Räder anbauen müssen, damit der Rover auf die richtige Höhe kommt. Weil ich die Räder nicht direkt außen anbauen kann, baue ich zuerst einen Rahmen aus den kleinen Gittersegmenten. Da kommen dann die Räder dran. Das ist auch deswegen ganz praktisch, weil ich später einfach den Rahmen in der Höhe fein justieren kann und ich das nicht für jedes Rad einzeln machen muss. Vorne und hinten kommt für die Optik noch jeweils ein Gittersegment als Stütze dran, damit der Rahmen nachher nicht in der Luft hängt, wenn ich den in der Höhe verschiebe. Damit ich den Rahmen jetzt unten anbringen kann, mache ich die vordere Stütze zum Root Part. Jetzt klappt das hier nicht so gut, das Teil von unten an die Tanks zu bauen. Also drehe ich mal die ganze Konstruktion um 90 Grad nach oben. So kann ich besser sehen, was ich mache. Auch der Rahmen sollte natürlich wieder möglichst mittig unter den Tanks sitzen. Da braucht man ein bisschen Augenmaß. Anschließend drehe ich alles wieder in die richtige Richtung und setze es nochmal auf dem Hangarboden ab. Als Räder möchte ich diese mittelgroßen stabilen Räder hier benutzen. Die baue ich in Spiegelsymmetrie jeweils vorne und hinten einmal an. Ich versuche möglichst genau die vordere und hintere Kante des Rahmens zu treffen, damit auch hier die Gewichtsverteilung möglichst mittig bleibt. Ihr seht jetzt, dass die hinteren Räder ein bisschen höher sitzen als die vorderen. Das muss ich einmal als erstes korrigieren. Beide sollten natürlich möglichst genau auf einer Höhe liegen, damit der Rover gerade steht. Auch hier ist wieder Augenmaß gefragt. Ich orientiere mich an dem Hangarboden und schaue, dass der Abstand zwischen Felge und Boden möglichst gleich ist. Wenn ich das dann habe, greife ich einfach das vordere Stützelement mit dem Move-Tool. Daran hängt jetzt quasi die gesamte Rahmenkonstruktion und die Räder. Ich ziehe den Rahmen so weit nach oben, dass die Räder gerade so den Hangarboden berühren. Wenn sie dann später auf der Minmus-Oberfläche stehen, dann sollte der Docking-Port genau in der richtigen Höhe sein. Bevor wir das gleich ausprobieren, möchte ich noch meinen Probe-Core einbauen, damit der Rover auch unbemannt fliegen kann. Jetzt ist mein Rumpf natürlich länger geworden, also muss ich die Erztanks nochmal neu ausrichten. Da jetzt aber schon alles andere an den Erztanks hängt, brauche ich mich um die übrige Ausrichtung halt nicht mehr zu kümmern. Das ist das Praktische. Batterien und Solarzellen braucht der Rover noch und dann sind wir startklar für eine kurze Probefahrt. Ich finde es immer ganz gut, meine Konstruktionen so weit wie möglich auf Körben zu testen. Gerade bei Rovern, die irgendwo andocken sollen, mache ich das immer, damit ich weiß, ob die Höhe der Docking-Ports passt. Ich docke kurz ab und drehe eine kleine Runde. Übrigens kleiner Tipp von mir. Ich habe mir die Kontrollen für Vorwärts- und Rückwärtsfahren auf die Tasten H und N gelegt, auf denen auch die Vorwärts- und Rückwärts-Translation beim RCS liegt. Das hat den Vorteil, dass die Neigung nach vorne und hinten getrennt ist von Gas und Bremse und sich der Rover nicht immer nach vorne neigen will, wenn man beschleunigt. Das ist ziemlich unnatürlich. Ich fahre jetzt ganz vorsichtig vorwärts an den Docking-Port ran und gucke dann, dass er auch einrastet. Das klappt problemlos und das ist, was ich wissen wollte. Wenn da noch eine kleine Abweichung drin ist, dann können wir die Federn und Dämpfer in den Rädern noch anpassen und das später ausgleichen. Okay, dann kann das Basis-Grundmodul weg und wir können den Rover zu einem vollwertigen Lander ausbauen. Als erstes braucht er noch Triebwerke. Ich nehme hier gerne die Twitch-Triebwerke, weil die sich schön an dem Rahmen montieren lassen. Ein Twitch hat 16 Kilonewton Schub im Vakuum. Wenn wir vier davon verbauen, haben wir also 64. Das sind vier mehr als ein einzelnes Terrier, das wir im Moment unter dem Lander hatten. Also wird die TWR passen. Ich sehe wieder zu, dass ich vorne und hinten einen Orientierungspunkt an dem Rahmen finde, an dem ich die Triebwerke ausrichten kann, damit die auch symmetrisch zur Mitte platziert sind. Das kann ich mit den Overlays für den Schwerpunkt und den Schubvektor auch ziemlich gut kontrollieren. Es sieht so aus, als wäre jetzt gerade der Schwerpunkt etwas hinter dem Schubvektor. Also ziehe ich mal ein bisschen an den hinteren Triebwerken. Aber das müssen wir am Schluss nochmal machen. Wir sind ja noch nicht fertig. Zum Docken braucht der Rover noch RCS-Düsen. Ich nehme die großen RV-105 Thruster-Blocks und baue die jeweils paarweise an. Damit wir entlang aller drei Achsen steuern können, müssen wir allerdings die Variante auswählen, die obendrauf die fünfte Düse hat. Ein zweites Paar kommt dann nach hinten, auch auf die Mittelnaht von den Erztanks und unten drunter brauchen wir die auch. Hier versuche ich ebenfalls diese Mittelnaht zu treffen, montiere die Düsen aber an dem Rahmen. Das Mark 1 Cockpit hat 7,5 Einheiten Monopropellant dabei. Da gönne ich mir noch einen kleinen zweiten Tank mit 7,5 Einheiten, damit ich 15 insgesamt habe. Das reicht auf jeden Fall. Jetzt hat der Rover noch 956 Meter pro Sekunde Delta V. Wir müssen also noch mehr Treibstoff unterbringen. Ich nehme nochmal zwei OSCAR-B-Tanks und schaue, wo wir dann rauskommen. Das sind 1103 Meter pro Sekunde. Das ist genau richtig. Da freut sich der Konstrukteur, obwohl ich schon überlege, noch zwei weitere OSCAR-Bs anzubauen, damit wir da nicht ganz so knapp sind. Naja, ich will es erstmal so versuchen und richte die Tanks auch mittig aus. Jetzt fällt mir gerade ein, dass die Delta V-Anzeige noch nicht auf Vakuum steht. Danach sind es dann 1163 Meter pro Sekunde und ich glaube, das passt wirklich gut. Ein kleines, aber wichtiges Teil sollten wir noch ergänzen. Ich nehme einen kleinen Docking-Port und baue den hier oben drauf auf den Rover Lander. Den brauche ich nicht zum Docken, sondern als Kontrollpunkt. Wenn wir senkrecht landen oder starten, sollten wir immer einen Kontrollpunkt entgegengesetzt zum Schubvektor haben. Das hatten wir bisher bei allen unseren Raumfahrzeugen und Landern. Das sorgt dafür, dass wir diese Richtungsvektoren auf dem Nav-Ball ganz einfach wie immer nutzen können und nicht umdenken müssen, was wir sonst müssten, wenn wir das Cockpit oder die vorderen und hinteren Docking-Ports als Kontrollpunkte nehmen. Ganz wichtiger Tipp, habe ich auch irgendwann unterwegs in meiner KSB-Karriere gelernt und gebe ich euch gerne weiter. Ich gehe mal kurz rüber in die Mission Control. Es gibt hier noch diesen Auftrag, bei dem wir eine Bodenprobe an einer bestimmten Stelle in der Nähe der Minmus-Basis nehmen sollen. Die Markierung wird uns auf der Karte auch schon immer angezeigt. Das ist tatsächlich nicht so weit weg von der Basis. Wahrscheinlich könnten wir das sogar mit dem Körbel zu Fuß oder mit dem Jetpack machen, aber wir sind jetzt einmal dabei, Rover zu bauen, also können wir auch mit Stil zu der Stelle fahren. Es wird nämlich wohl Folgendes passieren. Nachdem wir die erste Probe genommen haben, wird der nächste Teilauftrag erscheinen, der uns zu einer anderen Stelle schickt, um dort wieder eine Probe zu nehmen. Und wenn wir das gemacht haben, kommt eventuell noch ein dritter Teilauftrag und so weiter. Hier ist von einigen Inkonsistenzen und einer Serie von Berichten die Rede, die wir erstellen sollen. Deswegen erwarte ich, dass da mehr nachkommt. Natürlich könnten wir auch den Erz-Rover für die Anfahrt nutzen, aber ich habe was anderes vor. Ich möchte einen Science-Rover bauen, der alle Experimente an Bord hat und den ich sogar mit dem Skycrane an jede Bestelle auf Minmus fliegen kann. Dadurch muss ich die weiten Strecken zu den entfernten Biomen nicht auf Rädern zurücklegen. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Lassen wir uns auch mal kurz nach neuen Aufträgen schauen, wenn wir einmal hier sind. Hier gibt es noch wissenschaftliche Daten von der EIC-Oberfläche. Sowas ist einfach und immer gut und bringt uns auch wieder 127.000 Credits. Den nehme ich auf jeden Fall an. Wir könnten auch noch die Minmus Station erweitern, aber Platz für 28 Körbels, einen weiteren Erz-Konverter und noch ein Wissenschaftslabor brauche ich da wirklich nicht. Das lasse ich, glaube ich, lieber bleiben. Der hier ist vielleicht interessant. Eine Raumstation für 14 Körbels in einem solaren Orbit mit Cupola und Wissenschaftslabor. So eine Station brauchen wir eigentlich nicht wirklich, aber die zahlen uns über 200.000 im Voraus und über 700.000 für die Fertigstellung. Wir sind käuflich. Das ist eine Überlegung wert. Wird wahrscheinlich auch ziemlich groß, das Ding, und muss beim Start bereits komplett zusammengebaut sein. Das könnte eine spannende Herausforderung sein. Hat ja auch drei Sterne der Auftrag. Soll ich nicht? Ach komm, her damit. Jetzt also der Science Rover. Das wird ein reines Fahrzeug ohne Raketenantrieb, weil der, wenn nötig, durch den Skycrane transportiert wird. Ich nehme das Mark II Lander Can. Allerdings wechsle ich auf die längliche Variante ohne die seitlichen Türen. Das ist der Klassiker in KSP für so einen Rover. Und wir können einen Fahrer und einen Wissenschaftler damit auf die Reise schicken, damit wir die Experimente mehrmals durchführen können. Da ist Monopropellant drin. Den brauchen wir nicht. Der kann raus. Das spart Gewicht. Als Räder verwende ich hier die etwas kleineren RoveMax Model M1. Ich baue diesmal auch kein Untergestell dafür, weil dieses Lander Can seitlich schön gerade ist. Da passen die Räder direkt dran. Ich muss nur wieder zusehen, dass ich die vorderen und hinteren Räder auf die gleiche Höhe baue. Das geht wieder nur frei Hand und mit Augenmaß. Obendrauf brauche ich einen Docking Port, damit der Skycrane den Rover tragen kann. Das Kommandomodul hat ein bisschen Batteriekapazität, aber ich denke, ich verstecke noch eine Tausender Batterie unter dem Docking Port. Die kann ich schön in den Rumpf des Lander Can klippen. Dann ist sie gut verstaut und ich komme auch nie wieder dran. Solar Panels baue ich wieder aufs Dach des Rovers, wo die Sonne schön scheint. Die Motoren an den Rädern brauchen Strom und den können wir immer gut erzeugen, solange es hell ist. Mal sehen, welche Konfiguration da gut aussieht. Ich glaube, vier vorne und vier hinten sind gut und das ist auch eine ordentliche Ausbeute. Eine Antenne braucht der Rover auch, damit er notfalls auch ohne Pilot fahren kann. Dafür brauchen wir natürlich noch einen Probe Core. Das machen wir gleich dann. Das sieht alles eigentlich sehr schlank und schick aus, also verschandeln wir das jetzt mal mit den Experimenten. Am schwierigsten ist es, das Science Junior unterzubringen. Der einzig sinnvolle Ort ist hier auf einer der Seitenflächen, wenn ich das Experiment dann mit dem Movetool auch in den Rumpf klippe. Es passt dann oben und unten gerade so, dass nichts übersteht. Sieht hässlich aus, aber die Türen lassen sich öffnen. Dann sieht man sogar den Fuß, den ich hier mache. Naja. Auf der anderen Seite kann ich jetzt ziemlich locker alle anderen Experimente unterbringen. Thermometer, Barometer, Seismometer und Gravioli Experiment. Dazu noch einen Goo Container und am liebsten auch einen Container für Berichte. Dann haben wir immer einen Speicherplatz dafür. Einen Schönheitswettbewerb gewinnen wir jetzt damit ganz sicher nicht mehr, aber wir sind ja meistens auch weit weg von zu Hause. Als Probe Core bietet sich hier der RoveMate an, so heißt er. Das ist einfach ein Klotz, den ich unter das Landercan packen kann. Der hat auch gar nicht viele SRS-Funktionen, weil er eben für Rover gedacht ist. Die fliegen ja in der Regel nicht und brauchen deswegen auch keine SRS-Modi für die Richtungsvektoren. So ist mir das aber zu klotzig und es bleibt wenig Bodenfreiheit, also klippe ich den auch ein Stück in den Rumpf. Prima, knapp 2,3 Tonnen, das ist doch okay. Ich nenne ihn den Minmus Science Rover, speichere und dann ist das auch erledigt. Bevor ich mich jetzt um die Frage kümmere, wie ich die Rover zum Minmus bekomme, will ich noch ein neues Erweiterungsmodul für die Basis bauen. Die kann jetzt zwar Erzfördern, aber noch keinen Treibstoff herstellen. Das wäre allerdings aus mehreren Gründen praktisch, deswegen möchte ich noch ein Modul mit einem Konverter zur Basis schicken. Das fängt wie immer an mit einem Dockingport und einem Structural Adapter, anschließend schiebe ich direkt den Konverter drunter. Für die Kühlung des Konverters möchte ich mal drei von diesen großen Radiator Panels anbringen, allerdings wollen die direkt am Konverter nicht einrasten, also packe ich die erstmal zur Seite. Da brauchen wir wohl erst andere Teile, an denen wir die anbringen können. Ich hatte es vorhin gesagt, Batterien kann man nie genug haben, also nehme ich nochmal sechs von den 4K Batterien mit, die stacke ich einfach unter den Konverter. Unten dran kommt dann wieder das übliche Untergestell für die Basismodule. Die Triebwerke entferne ich natürlich und die Tanks kann ich auch leer machen. Jetzt kann ich auch die Radiator Panels anbringen. Ich nehme drei Stück, weil das gut zu der Dreierstruktur des Konverters passt. So überdecke ich jeweils die Lücken, das sieht ganz nett aus. Die Panels scheinen jetzt zwar in der Luft zu hängen, aber für KSP hängen sie ja an den Batterien. Sie sollten also ihre Kühlleistung auf jeden Fall bringen. Für das Untergestell brauche ich natürlich wieder vier große Gittersegmente für den sicheren Stand. Die packe ich mir mal ins Frachtabteil, da passen sie gut rein. Und wenn ich jetzt schon ein neues Modul bringe, dann kann ich auch gleich unsere Förderleistung verdoppeln. Ich nehme nochmal vier Bohrer mit. Die können ja ruhig hier an dem Converter-Modul befestigt sein. Weil die nicht ins Frachtabteil passen, bringe ich die aber einfach für den Flug außen an und baue die dann später wieder um. Jetzt weiß ich, worauf ich achten muss, damit beim Umbauen nichts explodiert. Die Bohrer brauchen natürlich zusätzliche Kühlung. Ich nehme noch vier von den üblichen Radiator-Systemen mit. Die finden auch noch Platz im Frachtraum. Ein zweites Paar große Solar-Arrays packe ich noch außen dran, weil durch die zusätzlichen Bohrer und den Converter der Strombedarf natürlich deutlich ansteigt. Wo ich die hinbaue später an der Basis, das muss ich noch sehen, wenn ich da bin. Apropos Strom, weil bei der ganzen Bohrerei nachts gerne mal die Batterien leer werden, wir jetzt aber aus dem geförderten Erz auch gleich Treibstoff herstellen können, will ich mal ein Brennstoffzellen-Array mitnehmen. Dieses Ding verbrennt normalen Raketentreibstoff, also die Kombination aus Flüssigtreibstoff und Oxidizer, und macht daraus elektrischen Strom. Das ist immer total praktisch für eine Basis, die sowohl Bohrer als auch einen Konverter hat, weil dann der Treibstoffverbrauch eigentlich keine Rolle spielt. Es kommt ja immer frisches Erz nach. Damit sollten wir also auch die ganze Nacht durchbohren können, weil die Batterien immer wieder aufgeladen werden. Das hoffe ich jedenfalls. Das Brennstoffzellen-Array kommt einfach hinten an das Modul dran. Treibstoff speichern kann ich ja in den vielen kleinen Oscar B-Tanks, die ich überall an den Stützen der Module verbaut habe. So, dann speichere ich das Ganze mal kurz als Minimus Base Expansion 3. Damit ich das zusätzliche Modul überhaupt noch an die Basis anbauen kann, brauche ich auch wieder meinen Verbindungstunnel aus zwei Docking-Ports und zwei von den Structural Fussellages. Diesmal baue ich den Tunnel aber hier komplett zusammen. Der kommt mir nämlich sehr gelegen für den Transport der Rover. Ihr seht auch gleich warum. Ich baue seitlich zwei kleine Gittersegmente an und daran befestige ich zwei Docking-Ports. Der Erz-Rover hat zwar einen kleinen Docking-Port oben auf dem Rumpf, aber die kann ich hier später nicht gebrauchen. Also entscheide ich mich nach etwas überlegen doch für die Normalgroßen hier an dem Tunnel. Einmal speichern und dann lade ich mir den Erz-Rover mit der Merge-Funktion zu meinem Konstrukt hier dazu. Nach dem Laden setze ich den Kontrollpunkt auf den kleinen Docking-Port des Rovers. Ich will zwei Erz-Rover mitnehmen. Die sollen hier außen auf die Docking-Ports montiert werden. Zuerst mal bringe ich aber den Docking-Port mit seinen kleinen Gittersegmenten so nah wie möglich an den Tunnel ran, ohne dass der Rover den Tunnel berührt. Ihr habt richtig gehört, ich will zwei Rover mitnehmen. Warum? Das wird meine neue Lösung, um weitere Module an die Basis anzudocken. Ihr erinnert euch bestimmt noch an meine nervenaufreibenden Versuche aus der letzten Folge, das Docking mit Hilfe des Skycrane fliegend zu bewerkstelligen. Das war mir zu anstrengend. Ich will mir seitlich an die Rover jeweils einen Docking-Port basteln und dann das neue Modul quasi in die Mitte nehmen und es einfach an seinen Platz fahren. Das müsste viel geschmeidiger gehen als mit dem Skycrane. Ich habe gerade gemerkt, dass die kleinen Antennen der Rover mit den großen Docking-Ports kollidieren. Die versetze ich eben, damit da beim Abdocken nichts kaputt geht. Zwei Verstrebungen bringe ich noch an, damit die Rover sicher am Tunnel befestigt sind und dann bringe ich auch noch zwei Streben an, um den Tunnel fest mit dem Basismodul zu verbinden. So müsste die Konstruktion stabil genug sein, um den Flug zu überstehen. Soweit so gut, fehlt noch der Science Rover. Den merge ich auch noch dazu. Der hat ein schönes Plätzchen ganz oben an der Spitze der Konstruktion. Ich muss den nur in die richtige Ausrichtung bringen. Er fliegt sozusagen auf dem Kopf mit. Ich verpasse dem Science Rover noch einen Docking-Port an seinem Unterboden, damit der Skycrane da andocken kann. Und dann hole ich mir den großen Reusable Launcher ran, um das ganze Kunstwerk hier in den Orbit zu schießen. Das Fairing muss wieder umgebaut werden. Wir brauchen ganz sicher das große mit 3,75 Meter Durchmesser, weil die Rover so weit rausstehen. Den Clamshell-Deploy kann ich schon mal aktivieren. Ich muss aber auch wieder die Monoprop-Tanks und die RCS-Düsen umbauen. Dann kann der Launcher wieder drunter. Ich schaue mal kurz das Staging durch und packe dann alles schön in das Fairing ein. Das sieht am Ende sogar mal ganz gefällig aus. Kurzer Check. Der Schwerpunkt liegt über dem Auftriebspunkt. Das passt auch. Die meisten Treibstoff-Tanks an den Erz-Rovern kann ich übrigens noch leer machen. Die kann ich ja an der Minmo Station auftanken, bevor die Rover landen. Dann muss ich das Gewicht nicht mitschleppen. Treibstoff können wir an der Minmo Station ja ohne Ende herstellen. Man nimmt ja auch keinen Sand mit an den Strand. Die hinteren beiden FLT-Tanks der Rover lasse ich aber voll, weil ich an der Kerbin Station nicht mehr genug Erz habe, um einen Truck ganz voll zu tanken. Ich brauche aber einen vollgetankten Truck, um diese Nutzlast hier zum Minmus zu fliegen. Die hat schon ordentlich Masse. Die Restmenge, die im Truck noch fehlt, sollte aber jetzt dann in den Rovern sein. Ich bin aber auch ziemlich sicher, dass im Launcher auch einiges übrig bleibt. Das lasse ich dann einfach an der Kerbin Station. So, jetzt habe ich eigentlich gedacht, ich bin fertig, aber zwei Sachen sind mir gerade noch eingefallen. Zum einen habe ich vergessen, zusätzliche Tunnel-Segmente mitzunehmen für meinen Plan mit den seitlichen Docking-Ports an den Erz-Rovern. Ohne solche Verlängerungen werde ich nicht seitlich an das Basismodul andocken können, weil die Räder der Rover zu weit rausstehen. Ich klemme die beiden Structural Fussellages hier einfach außen an den Tunnel, ohne dass die die Streben berühren. Die gehen da jetzt mittendurch, das ist doch eine lustige Idee. Zum anderen habe ich es mir anders überlegt. Der Science Rover fliegt doch nicht auf dem Kopf mit. Ich denke nämlich, dass ich den ganzen Stack aus Science Rover, Tunnel und Converter-Modul auf einmal mit dem Skycrane nach unten auf die Minmus-Oberfläche bringen kann. Nachdem die beiden Erz-Rover abgedockt haben, ist die Masse, glaube ich, klein genug, um das mit einem Rutsch zu schaffen. Ob das so ist, sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und denkt dran, ich freue mich auch immer, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Fliegt vorsichtig, bis zum nächsten Mal.